Schönen guten Tag, in diesem Video vergleiche ich zwei Informatik-Fernstudiengänge miteinander und zwar einen an einer staatlichen Hochschule, an einer Universität, nämlich der Fernuniversität Hagen und einen an einer privaten Hochschule, der Wilhelm-Büchner-Hochschule und das Ganze ist hoffentlich interessant für euch, wenn ihr eigentlich überlegt, an einer Hochschule wie der Wilhelm-Büchner-Hochschule zu studieren, aber nicht ganz so genau wisst, ob nicht die Fernuni Hagen als eine sehr viel günstigere Hochschule auch vielleicht die bessere Wahl für euch ist, deswegen schaut euch mal dieses Video an, ich zeige euch mal die Studieninhalte natürlich, wir gucken mal, wie hoch der Praxisanteil in den einzelnen Studiengängen ist, was es kostet natürlich, was es für Vertiefungsmöglichkeiten gibt. Mein Name ist Christian und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. So, vorweg vielleicht ein paar ganz kurze Worte zu den Hochschulen an sich. Also, die Fernuni Hagen, hatte ich ja schon gesagt, ist eine Universität, im Gegensatz zur Wilhelm-Büchner-Hochschule, die eine Fachhochschule ist. Was ist der Unterschied? Vielleicht wisst ihr das noch nicht so richtig, wenn ihr jetzt erst ins Studium rein wollt oder reinkommt. Ja, eine Universität ist eine Hochschule, die ja den Fokus noch zusätzlich mehr auf Forschung hat, die in der Regel auch ein bisschen umfangreicheres Studienprogramm hat. Ja, also an der Fernuni Hagen kann man nicht nur Informatik studieren, sondern beispielsweise auch Mathematik, aber auch Geisteswissenschaften, ja Kulturwissenschaften, Sozialwissenschaften. So was hat man dann an der Universität. Ja, an der Universität kann man in der Regel auch promovieren. Und die ganzen Studieninhalte sind dann doch schon noch ein bisschen wissenschaftlicher, möchte ich sagen. Und an Fachhochschulen ist das Ganze eben ein kleines bisschen mehr praxisbezogen, mehr anwendungsbezogen. Und so ist das auch an der Wilhelm-Büchner-Hochschule, wie wir gleich sehen werden. Dann der große Unterschied sind natürlich die Kosten. Ja, also an der Fernuni Hagen als einer staatlichen Universität ist es so, dass ihr für diesen gesamten Studiengang, ja ungefähr so 2000 Euro bezahlt. Da kommen dann noch ein paar, ja ich will mal sagen, versteckte Kosten hinzu, weil es eben noch Seminare gibt. Da sage ich dann was dazu, wenn wir uns mal die ganzen Seminare, die im Studiengang oder in den einzelnen Studiengang angeboten werden, anschauen. Und an der Wilhelm-Büchner-Hochschule bezahlt ihr dann doch für den gesamten Studiengang schon so 13.000 Euro ungefähr. Ja, gibt immer mal Ermäßigung und Rabattaktionen, könnt ihr es vielleicht ein bisschen günstiger bekommen. Und die Kosten dafür bezahlt ihr hier an der Wilhelm-Büchner-Hochschule in monatlichen Raten ab. Aber ich gehe mal davon aus, damit habt ihr euch auch schon beschäftigt. Ja, auf die Preise will ich da nicht mehr ganz so sehr eingehen. So, eine wichtige Sache, ein großer Unterschied zwischen beiden Hochschulen ist der Grad an Flexibilität, ja, den man im Studium hat, ja, weil ihr fragt euch vielleicht, warum sollte ich, ja, jetzt an der Wilhelm-Büchner-Hochschule zum Beispiel studieren und da an die 15.000 Euro, ja, so viel Geld wie für ein Auto quasi ausgeben für diesen Studiengang, wenn ich das Ganze doch für 2000 Euro, für 2.000, 3.000 Euro an der Fernuni Hagen haben kann und zusätzlich die Fernuni Hagen noch eine Universität ist. Also, die Fernuni Hagen ist, ja, natürlich eine Universität, sehr günstig, aber sie ist nicht ganz so flexibel beispielsweise wie die Wilhelm-Büchner-Hochschule. Also, es geht damit los, dass der Studiengang hier immer jeweils zum Wintersemester oder Sommersemester beginnt. Ja, das ist eigentlich an allen staatlichen Hochschulen so. Das heißt, ihr könnt euch zwar jetzt schon einschreiben, aber es ist dann so, dass das Studium dann immer erst sozusagen zum Wintersemester, also im Oktober oder im März müsste das sein, beginnt. Und auch dann werden an der Fernuni erst die Materialien versandt, ja, und dann könnt ihr auch erst richtig loslegen mit dem Lernen, ja. Also, je nachdem, was jetzt für euch für eine Zeit ist, müsst ihr da vielleicht noch ein bisschen warten. Und dann habt ihr auch immer nur sozusagen in diesem Semester, also in dem ihr euch da gerade befindet, die Möglichkeit, Aufgaben abzuarbeiten, eure Module zu bearbeiten. Die Prüfungen sind dann in der Regel auch zu festen Terminen, ja, immer im Semester. So, während es an der Wilhelm-Büchner-Hochschule alles sehr viel flexibler ist, ja, das geht schon auch mit dem Studienstart los. Das heißt, ihr könnt da jederzeit in ein Studium einsteigen. Ja, es gibt jetzt nicht diese starren Semesterzeiten, wie das hier an der Fernuni Hagen ist. Dafür gibt es auch kein richtiges Teilzeitstudium, ja, an der Wilhelm-Büchner-Hochschule, also an der Fernuni Hagen gibt es Teilzeit, gibt es auch ein Teilzeitstudium, ja. Das heißt, ihr könnt euch, ja, eigentlich bis zur doppelten Zeit Zeit lassen für so ein gesamtes Studium. Also im Bachelorstudium wären das dann so zwölf Semester ungefähr. An der Wilhelm-Büchner-Hochschule gibt es das, also Hochschule gibt es das jetzt nicht offiziell in dem Sinne, aber ihr habt die Möglichkeit, ja, die Studienzeit dann, ja, zu verlängern und dann nicht, ja, bis zu einem gewissen Zeitraum extra zu bezahlen. Also ich glaube, bei diesem 36-Monat-Ticken-Studium, Bachelorstudium, könnt ihr nochmal um die Hälfte dieser Zeit ungefähr kostenfrei verlängern, ja. Aber es ist doch so, dass hier an der Wilhelm-Büchner-Hochschule aus meiner Sicht schon ein ganz kleines bisschen mehr Druck auch ist, ja, das Studium durchzuziehen, das Studium da in der Regelstudienzeit zu schaffen, ja, von sechs bis, sagen wir mal, acht oder neun Semestern, weil wenn man eben länger braucht, dann bezahlt man dann auch wieder ein kleines bisschen mehr, ja, und hat dann eben höhere Kosten. So, und ich würde sagen, wir tauchen hier mal ein bisschen in die Studieninhalte rein, ja, das ist ja dann doch schon wahrscheinlich mit am interessantesten für euch. Generell muss man sagen, Fernstudium Informatik ist natürlich immer sehr mathematiklastig auch, ja, das ist jetzt nicht Medieninformatik, wo ihr mehr dann so in diesen Frontend-Bereich reingeht und auch mit so dieses Design-Element ein bisschen stärker vertreten ist, ja, das ist auch nicht Wirtschaftsinformatik, wo der Wirtschaftsanteil auch noch relativ groß ist, sondern das ist richtig Informatik, ja, also mehr Mathematik, noch mehr Programmieren, mehr Backend-Entwicklung und solche Sachen. Also generell kann ich euch nur raten, ja, wenn ihr jetzt nach einem Studiengang sucht, das Wichtigste, wenn ihr natürlich ja die grundlegenden Fragen geklärt habt, also Uni oder FH, private Hochschule oder staatliche, ist natürlich, sich die Inhalte anzuschauen, ja, am besten die Studienverlaufspläne, die werden auf, ja, in vielen Hochschulen immer mit, ja, auf den Webseiten dargestellt, aber auch die einzelnen Module könnt ihr euch anschauen, ja, es gibt nämlich, ja, im Deutschen Hochschulsystem für jedes Modul, ja, also so eine Einheit sozusagen aus, ja, einer normalen Präsenzhochschule, aus einer Vorlesung, in der Regel, ja, dann noch ein, zwei Veranstaltungen hinzu und im Fernstudium hat man jetzt keine richtigen Vorlesungen, da ist ein Modul einfach quasi eine Kurseinheit, ja, zu bestimmten Themen und dann könnt ihr euch hier auf der Seite der Fernuni Hagen mal den Studienverlaufsplan für das Studium anschauen, also sehr viele Leute an der Fernuni Hagen studieren Teilzeit, hier zwölf Semester, da könnt ihr nur eine bestimmte Anzahl an Modulen belegen im Semester, wir schauen uns das Ganze mal an, wie das im Vollzeitstudium aussieht, also ihr seht, ja, dann habt ihr hier schon richtig schön einen Plan, ja, wie ihr das belegen könnt, aber nicht müsst, um innerhalb von sechs Semestern durch das Studium durchzukommen, also ihr seht hier mathematische Grundlagen, ja, einfach Standard geht natürlich sofort damit los, algorithmische Mathematik und ich glaube, das war es dann auch hier schon mit ganz spezifischen Mathe-Modulen, außer in den Vertiefungen könnt ihr da noch ein bisschen mehr in die Mathematik reingehen und dann habt ihr hier alles so Standardsachen für so ein, ja, für so ein Informatikstudium, ihr seht, hier kommt noch das Grundpraktikum, also im zweiten Semester Programmierung, eine sehr aufwendige Sache auf die Praktika und so, gehe ich gleich nochmal gesondert ein und dann das Besondere hier aus meiner Sicht am Studienverlaufsplan an der Fernuni sind die vielen Wahlpflichtmodule, also ihr seht, ab dem zweiten Semester habt ihr schon das erste Wahlpflichtmodul und hier, ja, geht es gleich weiter mit Wahlpflichtmodulen, zwei Stück, drei Stück, vier Stück, fünf Wahlpflichtmodule und dann kommt noch das Praktikum, ja, im dritten Studienjahr dazu und die Wahlpflichtmodule schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Vorher vielleicht noch ein ganz kurzes Wort zu den einzelnen Modulen, also vielleicht habt ihr euch schon mal ein bisschen mit dem Studiensystem in Deutschland beschäftigt, so ein Modul hat immer einen bestimmten sogenannten Workload, ja, also Workload heißt, das ist einfach das, was die Uni oder die Hochschule von einem erwartet, was man da in Arbeit dann reinsteckt, in der Lernarbeit, zu Hause, ja, vielleicht eine Hausarbeit, die man schreiben muss oder sowas, eine praktische Arbeit hier in Informatik, wo man irgendwas programmieren muss und so weiter. Und hier an der Hochschule, an der Fernuni hat so ein Modul in den meisten Studiengängen immer so zehn Leistungspunkte, also das ist immer schon eine ganze Menge, ja, also sehr viel Arbeit auch, die man da reinsteckt, das heißt, man belegt hier im Semester, soll man im Vollzeitstudium insgesamt 30 Leistungspunkte erreichen, ja, und dann hat man schon sehr, sehr viel zu tun, also mit drei Modulen im Vollzeitstudium an privaten Hochschulen, auch in der Wilhelm-Büchen-Hochschule, schauen wir uns gleich an, sind die Module nicht ganz so umfangreich, ja, dafür macht man halt ein paar Module mehr. Übrigens sind es insgesamt dann 17 Module, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, die man hier an der Fernuni Hagen macht. So, aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die, ja, die Vertiefungsmöglichkeiten an. So, also hier seht ihr da nochmal eine Übersicht über die Pflichtmodule und dann könnt ihr euch wirklich auch mal ganz genau im Detail anschauen, ja, schaut ihr einfach auf die Webseite der Fernuni nach, was ein so ein Modul dann alles beinhaltet, was da für eine Prüfung, ja, dann erwartet wird, was ihr für eine Prüfung macht, ob ihr eine Klausur schreibt oder irgendeine Arbeit abgeben müsst, ist natürlich auch ganz interessant zu wissen. Dann habt ihr hier eben die Pflichtmodule und aus diesem Katalog, aus diesen beiden Katalogen, ja, Katalog B und Katalog N, weiß jetzt nicht genau, warum die so heißen, B und N, wählt ihr euch dann eure Vertiefungsmodule aus, ja, also wenn ihr ein bisschen in die Wirtschafts- oder, ja, an Wirtschaftsinformatik interessiert seid, könnt ihr hier auch in die Wirtschaftswissenschaft eintauchen, ja, oder auch ins Marketing, ja, je nachdem, was ihr dann später mal arbeiten möchtet mit eurem Informatikabschluss oder vielleicht wollt ihr auch, ja, ein Master noch anschließen und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, natürlich auch hier noch viel mehr in die Mathematik eintauchen, ja, hier Stochastik und das ist, ja, aus meiner Sicht auch schon, ja, ein großer Unterschied, was den Studienplan angeht, dass ihr hier an der Fernuni hagen, ja, wie es halt auch eine Uni ist, ja, oder typisch für eine Uni ist, wenn ihr wollt, könnt ihr hier noch sehr, sehr viel tiefer in die Mathematik eintauchen, das ist nicht ganz so sehr möglich, wenn ihr an der Wilhelm-Büchner-Hochschule studiert, ja, zumal es hier an der Fernuni hagen auch noch einen Mathematik-Studiengang gibt, ich glaube sogar als Bachelor und als Master und, ja, da könntet ihr sogar im Studium dann noch einzelne Module auch aus diesem Mathematik-Studiengang, ja, belegen, ja, ansonsten gibt es hier auch noch interessante Sachen wie Data Mining oder sowas, ja, je nachdem, wo dann eure Interessen liegen, könnt ihr euch dann hier im Laufe des Studiums weiter vertiefen. So, jetzt gehen wir hier mal zur Wilhelm-Büchner-Hochschule, schauen uns da mal die Studieninhalte an, also ihr seht, auch hier hat der Studiengang 180 Leistungspunkte, ja, ist auf eine Regelstudienzeit von sechs Semestern angelegt, aber man kann das Ganze dann eben hier nochmal um die Hälfte der Regelstudienzeit verlängern, ohne zusätzliche Kosten, ja, also wenn man möchte, kann man danach noch mehr verlängern, aber zahlt dann eben nochmal extra für die Betreuung. So, und ihr seht, hier geht es natürlich auch mit Mathematik los, ja, also um die Mathematik kommt ihr wirklich nicht rum und, ähm, kleiner Hinweis noch, manche von euch haben dann so ein bisschen Angst, ja, oder fragen nach halt vor dem Studium, wie schwer die Mathematik ist, also wenn ihr euch nicht sicher seid, dann könnt ihr hier sowohl an der Wilhelm-Büchner-Hochschule als auch an der Fernuni, ja, sowas wie Vorkurse belegen, wo ihr einfach nochmal die ganzen Grundlagen irgendwie aus der Schule nachholt, keine Ahnung, Integralrechnung, Statistik oder was weiß ich, was man dann da alles so macht, ja, und hier bezahlt ihr an der Wilhelm-Büchner-Hochschule, bezahlt ihr für diesen Vorkurs an der Fernuni Hagen, ist das, kostet das glaube ich nichts extra und dann könnt ihr da nochmal ein, zwei Monate vorher schon anfangen, euch in die Mathematik zu vertiefen, ja, hier geht es dann auch weiter, im zweiten Semester habt ihr noch ein zweites Mathematik-Modul und meines Wissens war es das Ganze dann auch schon, ansonsten, ja, seht ihr, habt ihr hier auch letztendlich, ja, ähnliche Fächer, es ist halt ein überblicksartiger Studiengang, ja, typisch für einen Bachelor, da schaut man erstmal oder arbeitet erstmal alle möglichen Themengebiete ab, ja, kann dann schon ein ganz kleines bisschen vertiefen im Laufe des Studiums, aber so richtig vertiefen tut man sich dann natürlich erst im Masterstudiengang. So, ihr seht ja, ihr habt hier im ersten bis vierten Semester, also in einem dieser Semester, eine berufspraktische Phase, auf die gehe ich auch gleich nochmal ein, das ist eine große Besonderheit auch hier an der Wilhelm-Büchner-Hochschule, aber wir wollten uns jetzt nochmal ganz kurz vielleicht so ein bisschen die Wahlpflicht-Module angucken und die sind aus meiner Sicht so ein bisschen, ja, praxisbezogener auf der einen Seite, ja, also ihr habt jetzt hier nicht diese, ja, Hardcore-Mathematik, in die ihr euch da noch weiter rein vertiefen könnt, sondern hier könnt ihr euch dann wirklich Sachen raussuchen, die sehr gut, ja, entweder schon zu dem Beruf passen, den ihr gemacht habt oder, ja, ausübt momentan vielleicht seid ihr Fachinformatiker, arbeitet irgendwie schon in irgendeiner Agentur oder sowas und habt dann hier, ja, interessante Vertiefungsmodule, ja, wie Anwendung künstlicher Intelligenz, IT, Sicherheitsmanagement, ja, generell auch IT-Management, auch ein wichtiges Thema hier an der Wilhelm-Büchner-Hochschule, also ihr habt es vielleicht schon gesehen, dass ihr hier auch sehr, sehr unterschiedliche noch andere Informatikstudiengänge habt, also jetzt nicht nur Wirtschaftsinformatik, sondern auch sowas wie digitale Medien, ja, also mehr so Medieninformatik, IT-Sicherheit und sowas, also hier gibt es wirklich noch sehr, sehr viel mehr Informatikstudiengänge, ja, das ist halt auch eine Hochschule, die sich eben auf diese Informations- und Ingenieurwissenschaften, ja, spezialisiert hat und auch hier im Masterbereich habt ihr dann auch so interessante Studiengänge, Medieninformatik oder eben die Wirtschaftsinformatik und wo ihr dann hin möchtet mit eurem Master, das bestimmt ihr auch so ein kleines bisschen, würde ich sagen, mit den Vertiefungsmodulen und ja, vielleicht gefallen die euch hier, ja, an der Wilhelm-Büchner-Hochschule ein bisschen besser, dann wäre das natürlich auch ein wichtiger Grund, um sich für diese Hochschule zu entscheiden. Big Data, auch ein sehr interessantes Thema, aber ihr habt ja hier dann auch noch so ein bisschen Soft-Skill-Vertiefungsmöglichkeiten, ja, also Business-Englisch, interkulturelle Kompetenz, ja, wenn ihr vielleicht im internationalen Bereich oder in einem Unternehmen arbeitet, ja, wo ihr auch sehr viel international arbeitet sozusagen, wäre das natürlich auch, ja, noch eine interessante, ja, Vertiefungsmöglichkeit dann hier im Studium. So, jetzt komme ich mal auf die Praxis zu sprechen und ja, Informatik ist natürlich auch ein sehr praktisches Fach, ja, da gibt es halt viel zu programmieren und hier an der Fernuni Hagen sieht das Ganze so aus, ihr habt auf der, also ihr habt einerseits das Grundpraktikum Programmierung, ja, das hatte ich euch hier, glaube ich, schon gezeigt, bei den Studieninhalten, das müsste im zweiten Semester, wenn ihr Vollzeit studiert, ja, zu absolvieren sein, komme ich gleich darauf zu sprechen, dann habt ihr zusätzlich noch das Fachpraktikum und das geht noch mit Präsenzphasen, ja, direkt in Hagen einher und da könnt ihr euch, ja, aus so einem Pool an Modulen, an Inhalten quasi ein Thema aussuchen, da werden auch jedes Semester so ein bisschen andere angeboten und dann habt ihr noch das Bachelor-Seminar, ja, wo ihr dann auch direkt in Hagen vor Ort seid. Bei diesem Grundpraktikum Programmierung, was ihr dann wahrscheinlich als erstes habt, ja, seht ihr hier, man bearbeitet halt eine Programmieraufgabe und die müsst ihr dann präsentieren am Ende von dem jeweiligen Semester, wo ihr das macht. Das Ganze kann, habe ich hier nachgelesen, kann auch anerkannt werden, wenn ihr irgendwie schon bestimmte, ja, berufspraktische Tätigkeiten habt und da irgendwas nachweisen könnt, dass das Ganze hier passt, keine Ahnung, ich glaube, hier geht es um Java-Programmierung, also ihr könnt das Ganze schon, ja, und das wäre dann eigentlich eine Zeitverschwendung für euch, das Ganze hier nochmal zu machen, dann könnt ihr euch das auch anerkennen lassen, ja, was ihr nicht anerkennen lassen könnt, ist dieses Fachpraktikum und ihr seht, ja, hier im Wintersemester 92, äh, 2019-20 werden beispielsweise diese Fachpraktika hier angeboten, ja, Programmiersysteme, theoretische Informatik und da sucht ihr euch einfach das aus, was euch am meisten, ja, interessiert und gefällt und dann habt ihr, glaube ich, für dieses Praktikum, je nach Praktikum bis zu drei Präsenzphasen dann auch in Hagen, also es ist doch schon sehr aufwendig, ja, müsst ihr bedenken, kommen dann auch nochmal Kosten auf euch zu, je nachdem, wo ihr lebt, müsst ihr dann natürlich nach Hagen fahren und wenn ihr dann zwei Tage Präsenzphase habt, müsst ihr auch noch die Unterkunft bezahlen, die Anfahrt und so weiter. Und zum Schluss das Studium des Studiums, ja, habt ihr dann nochmal das Bachelor-Seminar, ja, und da müsst ihr dann natürlich auch nochmal präsentieren und auch nochmal in Hagen direkt anwesend sein, ja, aber summa summarum sind die Anwesenheiten in diesem Studium an der Fernuni Hagen nicht ganz so umfangreich wie an der Wilhelm Büchner Hochschule. So, an der Wilhelm Büchner Hochschule sieht das Ganze nämlich so aus, hatte ich euch ja schon gezeigt, ihr habt hier, absolviert hier in einem der ersten Semester die sogenannte berufspraktische Phase, ihr seht, die hat insgesamt einen Umfang von 15 Leistungspunkten und hier ist es so, ja, dass ihr praktisch, ja, euch einen Praktikumsplatz suchen müsst, dort müsst ihr ein Praktikum absolvieren im Umfang von insgesamt zehn Wochen, ja, also doch eine ganze Menge, sondern fragt euch, ja, was mache ich, wenn ich jetzt schon arbeite, ihr könnt euch natürlich Berufstätigkeit, die ihr momentan ausübt und die natürlich hier passen sollte, auch zu diesem Studiengang Informatik anerkennen lassen. Falls ihr jetzt gerade einen Beruf habt, der nicht zur Informatik passt, irgendwas eher fachfremdes, dann könnt ihr einen bestimmten Teil davon anerkennen lassen, aber einen anderen Teil müsst ihr euch dann doch noch für einige Wochen einen Praktikumsplatz hier in irgendeinem Betrieb suchen, also das ist dann doch schon ein bisschen aufwendig hier, was die Praxis angeht, aber das bringt euch natürlich auch sehr, sehr viel beruflich weiter, ja, ich hatte ja gesagt, Fachhochschulen sind in der Regel auch ein bisschen mehr praxisbezogen und berufsbezogen auch und genauso soll das Ganze hier dann eben auch sein. Hier gibt es dann noch eine Lehrveranstaltung, die dann noch dazugehört zu dieser berufspraktischen Phase, ich vermute mal, ihr müsst dann auch, ja, einen Praktikumsbericht und sowas verfassen und ja, habt dann hier eben diese berufspraktische Phase zu absolvieren. Insgesamt habt ihr hier im Informatikstudium 22 Präsenztage, soweit ich weiß, ja, ich denke mal, das sind dann auch verpflichtende Präsenztage, die finden dann immer, soweit ich das weiß zumindest, in Darmstadt statt, ja, bei der Wilhelm Büchner Hochschule und da müsst ihr dann, ja, gucken halt, wie weit wohnt ihr da jetzt weg, das sind dann auch nochmal zusätzliche Kosten. Ihr müsst euch vielleicht Urlaub nehmen, ja, also Bildungsurlaub, ja, aber die werden natürlich schon immer so gelegt, dass die auch gut zu absolvieren sind für Leute, die auch berufsbegleitend studieren, also dass es irgendwie am Wochenende stattfindet, aber im ganzen Studium, ja, 22 Tage, ja, könnt ihr euch ausrechnen, dass da doch schon einiges nochmal an zusätzlichen Kosten auf euch zukommen könnte für Hotel, Anfahrt und so weiter und so fort. So, Freunde, das war's schon, ja, ich hoffe mal, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen jetzt in eurer Entscheidung, vielleicht mal ein kleines Fazit zum Schluss, die Fernuni Hagen, eine Universität, auch sehr viel mehr, also ich will nicht sagen wissenschaftlicher, denn die, ja, die Wilhelm Büchner Hochschule ist ja alles andere als unwissenschaftlich, ja, ist natürlich auch eine sehr, sehr wissenschaftliche Hochschule, aber in der Fernuni Hagen habt ihr beispielsweise die Möglichkeit, euch noch mehr in die Mathematik zu vertiefen und ich denke mal, hier, ja, der Studiengang hier an der Fernuni, der eignet sich, wenn ihr so richtige Informatik-Nerds seid und da so richtig tief irgendwie eintauchen wollt, wenn ihr vielleicht auch in die Wissenschaft gehen möchtet, ja, vielleicht auch in die Lehre gehen möchtet, dann ist das natürlich die Hochschule eurer Wahl, ja, die Fernuni Hagen eignet sich, denke ich mal, auch mehr noch, wenn ihr irgendwie so in die Verwaltung gehen wollt, ja, also vielleicht schon in der Verwaltung arbeitet, irgendwo, ja, in irgendeinem öffentlich-rechtlichen Bereich arbeitet, dann ist es, denke ich mal, eine sehr gute Hochschule und wie gesagt, wenn ihr Nerd seid, ja, dann geht am besten an die Fernuni Hagen. Die Wilhelm Büchner Hochschule auf der anderen Seite, die eignet sich sehr, sehr gut, ja, gesetzt im Fall natürlich auch, dass ihr euch es leisten könnt. Wenn ihr noch mehr oder wenn ihr, ja, schon natürlich arbeitet und irgendwie eine Agentur vielleicht arbeitet und neben den, ja, neben den Hardcore-Informatik-Grundkenntnissen auch einfach noch diese ganzen berufspraktischen Sachen irgendwie noch mitnehmen möchtet. Also Soft Skills einfach, also wenn ihr sehr viel Wert auch auf Soft Skills legt, ja, die ja einerseits durch die Vertiefungsmodule auch, ja, mit denen ihr euch ja auch beschäftigen werdet, aber auch eben durch diese berufspraktische Phase, ja, wo ihr, halt eben noch so eine begleitende Veranstaltung habt und die ganzen Sachen immer gleichzeitig auch im Studium schon reflektiert. Ich denke mal, wenn ihr auf Karriere irgendwie aus seid im Informatik-Bereich, wenn euch das wichtig ist, wenn ihr vielleicht ins IT-Management oder sowas gehen möchtet, wenn ihr euch auch so ein kleines bisschen mehr offen halten wollt, was ihr dann im Master macht, dann ist das, denke ich mal, ja, die Hochschule eurer Wahl. Natürlich gibt es noch, das möchte ich jetzt auch noch ganz zum Schluss erwähnen, natürlich gibt es noch ganz viele andere Hochschulen, sowohl staatliche als auch private, die interessante Informatik-Studiengänge anbieten. Schaut einfach mal hier auf Fernstudienet, ja, da gibt es eine Vergleichsseite, da listen wir wirklich auch alle Studiengänge, Fernstudiengänge, die es in diesem Bereich gibt, ja, auch in anderen Informatik-Fächern, Wirtschaftsinformatik, Medieninformatik und so weiter. Ich verlinke euch das alles hier in der Beschreibung für dieses Video. So, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, schreibt mir die in die Kommentare, interessant, für mich wäre auch zu wissen, ja, vielleicht studieren Leute von euch, ja, an der Wilhelm-Büchner-Hochschule vielleicht noch einen Punkt dazu, ihr könnt auch auf Facebook in die Gruppen gehen, also gibt es für die Fernuni Hagen, als auch für die Wilhelm-Büchner-Hochschule gibt es auf jeden Fall auch Gruppen für die Informatik-Fächer und da könnt ihr euch auch schon mal so ein bisschen vor dem Studium umhören, also ich bin auch in verschiedenen Gruppen, ja, für beide Hochschulen, habe den Eindruck, dass doch im Großen und Ganzen die Studierenden zufrieden sind, ja, sowohl an der Fernuni Hagen, als auch an der Wilhelm-Büchner-Hochschule. Natürlich gibt es dann, wie an jeder anderen Hochschule auch, immer mal das ein oder andere Problemchen, ja, wo sich auch mal jemand aufregt, ja, aber im Großen und Ganzen sind doch, ja, die Studierenden an beiden Hochschulen sehr, sehr zufrieden, ja, also da gibt es jetzt keinen Grund von irgendeiner Hochschule irgendwie abzuraten, was das angeht. Schreibt mir in die Kommentare, eure Kommentare, eure Anmerkungen und Meinungen, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wünsche euch viel Spaß mit eurem Wunschstudium, wir sehen uns in den nächsten Videos, eure.